Guten Morgen, meine Lieben, mit der gesamten Südschafthin. Ich fichte die Lara. Wir sind jetzt hier kurz vor dem Frühstück. Schaut euch mal bitte an, was der Papa vorbereitet hat. Das hat nämlich der Papa ganz alleine vorbereitet. Was? Du machst Eier? Und dann kommst du auf den Platz. Schaut mal, der Papa hat hier frische Semmeln gebacken, Paprika noch schnell geröstet, Krabben, Eier gekocht, Marmelade rausgeholt. Lecker, Papa. Papa, Eier! Eier, Eier, Eier! Was ist, Chef, du da lachst. Da ist jemand hungrig. Hungrig, hungrig, hungrig. So, wir werden jetzt mal frühstücken. Take a seat, Patrick. Take a seat. Achso. Oh. Du kannst vorsichtig versuchen. Unter dem Tisch ist hier Fellalarm. 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 Was ist hier los? Der Patrick denkt sich so, pack die Kamera weg. Pack die Kamera weg. Na gut, ich mach mal aus. Ich hab schon ausgemacht. Piep! Alles lecker. Ich hab die Kamera mal schneiden. Oder magst du beißen? Beißen. Okay. Die mag beißen. Heiß. Nee, nicht heiß. Sehr gut. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Frühstücken und ich hab mich jetzt kurz ins Büro gesetzt. Ich muss nämlich das Video fertig bearbeiten, welches der Papa heute Morgen geschnitten hat. Das ist so cool, dass wir das jetzt zusammen machen können. Der Papa hat jetzt innerhalb einiger, ich glaub so ein paar Wochen hat er Videoschneiden gelernt. Und jetzt macht er das immer und ich mach's nur mit dem Schluss, so wie Feindetails und die Luisa mag raus. Oh, du müsst dir noch Socken anziehen, Luisa. Socken. Hier, hol dir welche. Auf jeden Fall mach ich dir jetzt den Upload, den Thumbnail und so ein paar Kleinigkeiten. Baba, du musst deine Musik ausschalten. Du musst aufhören, Bebe, immer mit Musik herumzulaufen. Das ist so nervig. Baba, das haben wir mit deiner Musik. Weißt du das, Baba? Das ist super nervig, immer mit deiner Musik. Ja, Diana, du sagst, das steht nicht. Ich sag's halt nur nochmal. Du musst dir Socken holen, Luisa. Du musst deine Socken holen, du weißt doch, wo die Socken sind. So, wir bereiten uns jetzt für den Garten vor. Also, wir gehen jetzt ein bisschen in den Garten. Bisschen Haare geburstet. Geh, Lara? So, die Lara hat gesagt, sie möchte einen geflochtenen Zopf, oder? Ja, dann machen wir das. So, ich bin jetzt hier fertig. Ich gehst du dir einen Pullover anziehen und deine Schuhe. Ich komm dann auch gleich, ja? Einen Pullover? Ja, deine Weste halt, Entschuldigung. Da, kannst du das vielleicht, die Haare wegputzen? Du weißt ja, wie das geht, gell? Ich mach's gleich keine Stehen. Das mach's einfach so. Okay? Sehr gut. Gut, ich werde mich jetzt auch schnell ein bisschen was anziehen und dann losgehen. Mittlerweile sind wir im Garten angekommen. Mama, nein, 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 ich mach ein Eis. Eis? Achso, bitte, ich mach ein Eis, ja. Hier spielen die Hunde. Hier spielt Luisa, die macht mir gerade ein Eis. Die Lara schmollt noch ein bisschen. Lara möchte unbedingt das Spielzeug, was die Luisa hier in dieser roten Tasche hat. Die Luisa passt auf ihre Tasche auf, wie auf etwas Megawichtigen. Oder Lara? Kannst du sie ja nicht stehlen. Ich mach ein Eis. Oh, danke schön. Opa-la. Mh, ist das lecker? Ja. Wow. Lara? Ja. Ich mach ein Eis. Luisa, darf ich mal dieses Handy anschauen? Nein. Nein? Nein, nein. Darf die Lara damit spielen, während du damit gerade nicht spielst? Ja. Hä? Okay. Okay? Danke. Du kriegst es auch wieder zurück, ja? Nein. Doch nicht? Nein, nein. Und es ist immer. Darf ich mal schauen, wie du ausschaut? Wie eine coole Tussi. Okay, Luisa, ich mach mir wieder ein Eis, bitte. Machst du mir ein Eis? Okay, wache Mama. Du kannst deine Tasche ruhig abstellen. Jetzt klaut dir niemand dein Handy. Oh, kleiner Babybär. Schau, du kannst die Tasche da herstellen. Nein, nein. Stell sie... Entschuldigung. Nein, Mama. Lustig, oder? Wie so eine alte Omi. Man darf sie nicht anfassen. Soll ich ein bisschen Wasser holen für die Sandkiste? Okay. Magst du den Kübel voll machen? Den grünen? Ja. Okay. Nein, nein. Du machst das. Ich mach das. Okay, dann... Luisa? Ein Bad haben. Ein Sandbad machen. Ich... Hol mal Wasser. Oh, je, je. Das zieht ein Drama. Ich muss mal ein Loch von Wasser in den Bad machen. Alles klar. Die Ensen wollen auch Wasser haben. So, Luisa, komm. Gehen wir das rüberbringen. Clara, Wasserlieferung. Bei uns liegt einfach mit Millionen Spielsachen herum. Oh. Kinder spielen, lassen alles liegen und gehen dann ins Haus. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Wenn wir nicht mal voll werden. Keine Steine. Luisa, bitte nicht. Muss sauber bleiben für die Enten. Wasser. Ein Wasser holt. Die ist doch nicht einmal voll. Und die eine ist endlich schon reingeschwommen. Wir nehmen Wasser. Hi. Hi. Hallo, Mama. Das Wasser war gerade mal zwei Sekunden sauber. Wawa. Schaut euch mal die Luisa an. Die kann nicht mal voll lachen. Ja, gleich. Die Luisa kann nicht mal wieder lachen. Ist so herzlich, warum? Ja, geil. Emi, komm. Komm her. Schau mal. Komm her. Komm her. Ich lege mich einfach da. Emi. Emi, geh rein. Sofie ist definitiv eine kleine Wasserrate, aber Emi wissen wir es noch nicht. Ich bin jetzt wieder im Haus, habe jetzt diesen Staubsaugerroboter eingeschalten und möchte mich gerne schminken. Ich habe euch ja gesagt, dass wir heute noch Videos drehen und da möchte ich mich ein bisschen vorbereiten. Weil, ja, da möchte ich jetzt nicht so quasi im normalen Samstagslook einfach so ungeschminkt mit nix. Die Wäsche wartet auf auf uns. Das machen wir dann am Abend, wenn dann nicht mehr hell und soweit das draußen ist. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall schnell schminken. Das ist mein Vorher und euch werde ich dann das nachher zeigen. Und fertig bin ich heute. Das Motto mehr ist mehr. Ich habe mir wieder Wimpern draufgeklebt. Ich habe auch ganz spontan ein Instagram Live gemacht von einer halben Stunde oder so in der Zeit, wo ich mich geschminkt habe. Ich wollte ein bisschen Gesellschaft. Deswegen, ja, so, bin fertig geschminkt. Muss jetzt noch ein bisschen zum Computer, muss ein bisschen was machen. Und ich habe Lust auf einen zweiten Kaffee. Wisst ihr was? Ich und Michelle haben gedacht, dass der Papa und der Patrick Fahrrad fahren sind. Oder Fußball spielen oder weiß ich nicht was. Dabei waren sie hier. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin sehr weit gekommen. Mit dem Fahrrad, oder? Nein, mit dem Schießen. Alles klar. Hallo. Was sagen sie zu der Legislatur? Was sagen sie zu ihr? Und die Sophie macht hier auch eine Show. So viel zum Fahrrad fahren. Ist das das Spiel, das ihr letztens gekauft habt? Nein, das ist alles. Wir haben jetzt Laras Kinderzimmer ein bisschen umgebaut. Was ist das denn? Kuschelzimmer mit einer Windy? Wir haben hier die Leuchten abgestellt. Und ich habe mir schon meinen Text vorgestellt, was ich in der Medien sagen möchte. Achso. Du musst nochmal Haare bürzen. Meine Haare stehen so hoch. Frisch gewaschene Haare, oder? Lara, schau her mal. Die Lara ist schon voll durchgeschwitzt. Die Lara ist schon voll durchgeschwitzt. Kann ich mir sehen? Schaut sich aus? Nein. Hi, Amy. Magst du auch mit testen? Ja. Wir machen nämlich einen. Die Kinder müssen mit verbundenen Augen Sachen probieren. Du bist so machen. Lara, wir müssen aber erst mit der Windy machen. Mama. Kann man mal, wie wir das machen. Du, Baba, richtet schon her. Damit du schon mal kannst. Nein. Ich will nicht rummelden. Bitte nicht streiten. Lige Burscht. Und Schatzi? So was? Marmelade? Marmelade ist doch langweilig. Ketchup. Senf. Mayonnaise. Wieso, weil du eh Marmelade eh gehabt findest? Lieber was anderes. Ich habe hier was. Dattel. Dattelsirup. Papa überlegt sich da was. Das ist gut. Ja, ja, ja. Die Marmelade nicht. Dein Fisch, Papa. Die Makrele. Sardellen oder Makrele? Ich weiß. Okay. Oder eine Sardelle. Oder lieber eine Makrele und das ist... Wo sind die Makrele? Das ist eine Makrele und das sind so Dillen, die kleinen. Ein, zwei, drei, vier... Und diese Baby-Issig-Gurken, die ich gekauft habe. Fünf, vier. Na, wo ist der Schmalz? Du kannst dich in ein Loch reinpiksen. Ich mag ein Loch. Schauen wir uns das Trauerspiel an. Das war jetzt anstrengend. Wir haben jetzt zwei Videos gedreht. Papa sitzt hier unten. Oh, da ist es so müde. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei lustige Videos gedreht. Einmal für Diamantakids und einmal... Ja, nie, nie, nie. Weiß? Du möchtest du sagen? Nie, 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 nie. Ich bin gerade so richtig fertig. Da brauchen wir uns jetzt drei Videos. Oh, ja, nie, nie. Hat Spaß gemacht? Ja. Oh, nie, nie, nie. Oh, nie, 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 nie. So, gehen wir ein bisschen Wäsche falten, Kinders? Ja, aber wir haben so viel Wäsche. Das müssen wir machen. Ich habe Wäsche. Ja, du hast Wäsche, Waschnur. Du liebst frische Wäsche, oder? Ja. Na dann müssen wir alle zusammen anpacken. So, gehen wir ins Wohnzimmer ein bisschen Wäsche falten. Nein, niamma. Wir schauen uns aber dafür einen schönen Film an. Ja, aber es wäre voll cool, wenn es so eine Maschine geben würde, die deine Sachen falten würde. Du kannst sie erfinden. Patrick, du mal ein bisschen Wäsche falten und was schauen. Patrick chillt hier vom Video ganz müde. Patrick, du mal ein bisschen Wäsche. 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 Oh, der Hund hat gefurzt. Der Hund hat gefurzt, fällt meine Nase ab. So, wir sind jetzt fertig mit Wäschefalten. Wie ihr seht, schaut nicht wenig aus. Die Mama ist mit Luisa ins Bett gegangen, weil die Luisa ziemlich müde war. Und wir werden jetzt alles wegräumen und dann bis nächstes Mal, tschüss.